malzeit 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 so wir sehen jetzt Kaiserin Franzi Teamkillerin Kaiserin Franzi ist mit ihm unterwegs das war ich nicht das waren meine Torpedos mein Kopf und deswegen habe ich mich entschieden ich nehme Kaiserin Franzi mit Rang 4 mal gegen Gefechte mit Rang 8 an wenn sie mal richtig in die in die Schnauze kriegt weil wer sowas macht der tötet auch kleine Babys das waren meine Torpedos der feuert die Torpedos irgendwie ein Kilometer vom befreundeten Kollegen ich kann mir richtig vorstellen wie du es gemacht hast dachte sie sich oh da hinten ist ein Schiff aber vor mir sind drei andere die muss ich erstmal wegsprengen damit die besser rankommen aber wenn die nicht aus dem Weg gehen wollen dann muss man sich den Weg räumen das ist nicht zu fassen echt naja aber dafür kriegst du jetzt tierisch in die Fresse ah deswegen hast du gelacht du du da ja ja ich hab ja gesagt vor allem als es schon weiter ist wie lange ist man denn rot also pink und ich dachte ich mir wieso ist sie pink ja das ist jetzt mein dritter Mensch wo ich immer noch pink das nimmt mich nicht an ich glaube das bleibt ne ganze Woche so ich mach dir das glaube ich nicht ja ne ganze Woche bleibt das glaube ich nein 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 so boah die Wahl das ist nicht so bestimmt das sind ja Ladezeiten hier wahnsinnig neu Oskar Oskar ich denke letztes ist einer ich halt ich hab schon drei minuten gebraucht bis ich reingekommen bin und ein anderer der war der ist sechs minuten nachdem er vielleicht schon lief ist er erst rein weil er dachte er wäre afk und dann meinte er neee er ist das so unterschiedlich gestern bin ich mit einem zweimal rein der hat dann plötzlich beim zweiten match hat auch noch voll lange ladezeit gehabt bevor aber nicht ich bin nicht drin ich bin auch nicht drin etwas besser weil hier die umgebung der gegner berlin kurzu und sonne keine ahnung woran das liegt keine kommentare im chat bitte ich kenne es ich muss erst mal reinkommen ach so gut ich dachte ich kann dich ja schlafen so was sowas an der waffel oder wie ich kenne es ja schon ich komme immer noch nicht rein was ist das alter wo jetzt könnte ich fast reinkommen glaube ich die schlacht beginnt k k du bist sowas von gemein e er hat ja das muss bestraft werden das ist echt die sind doch sowieso wer du bist weil sie die sie nicht dass du da aber dann musst du ja noch nicht hier füllen schreier schmeißen nee das schlägt dem fast auf dem boden aus der krone schlägt er 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 ist die blende er so steht und statt sich hier zu konzentrieren machst du scheiße ich mach doch gar keine scheiße er hat sich nicht mehr das meinte letzt auch eine scheiße sogar sein flugzeug ist pink bei dem anderen bei so einem anderen so wie du ach so ich bin ja ich kann nicht schießen die Frage ist wo schicke ich meinen Scheiß rüber oh ich glaube die Bomber kommt zu mir ich muss das mal rüber schicken ja die kommt zu mir, ich wurde entdeckt noch habe ich einen abgeschossen, komm schieß mal noch einen ab ich will keine Bomben abkriegen hier okay, die ging daneben noch einen abgeschossen ich habe das ganze Ding jetzt platt gemacht oh Gott ey, bis meine Flugzeuge drüben sind aber bei Independence ist es wenigstens nicht so schlimm wie mit dieser verdammten Rio ey, das ist ja wie ein Kupfall ich bin nicht so schlimm was, nur schickst du? ich bin fast Flugzeugträger ich glaube ich mache mir so einen kleinen Mini einen kleinen Mini? ja weißt du jetzt schnell rüber zu Tirpitz ihr Penners auch viel habe ich ja nicht mehr hier aus dem Zweifel ist dieses Schiff pink, wenn ich mit anderen Toppedos gespielt habe wieso ja der ganze wird doch du wirst als Spieler markiert, nicht das Schiff der Kieler scheiße, komm wieder zu mir Flugzeugträger eben kann er sich auch verstecken? der klingt automatisch, äh, manuell aus ich sehe nicht mehr die verkackten Torpedos ey zum Beispiel aus man oh man, otra kann er noch ausgewichen? Ach mein Gott. Was ist los? Nachladen. Muss man manchmal, ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, nachladen muss man manchmal, wenn man nachladen muss. Was soll ich denn noch dazu sagen? Und langsam muss das liegen. Bitte keinen. Ah, da schießt einer auf. Warte. Ja, da ist da wohl einer. Na, dort geht er. Ich kann aber nicht kommen. Chicken. Schnecken kann kommen. Blöde ist, da ist so ein... Okay, ich fühle mich. Aber guck mal, du bist wieder normal. Nee. Bin ich nicht. Das ist für mich immer so angezeigt. Aber da auch da oben irgendwie so... Das ist mir Geld angezeigt. nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. den arsch oder große lexington mit meiner kleinen independent jetzt kommen die alle mit ihren scheißschiffen hier mit ihren scheiß bomben und alles wie zu uns oder das kennt ich glaube da kommen also in der nähe ist ein torpedo ja ich sehe da muss das mit auch nichts tun oder auch nichts ich weiß aber nicht wie jetzt wird es hier kommt zu dir kommt zu dir ja ich weiß wie es ist aber ich weiß nicht wie ich mich jetzt dreh doch dreh doch dreh doch bitte nene du nimmst er auch genau versuchten ja du musst gucken von welcher Seite der angeflogen kommt und meistens kommen die von der Seite der ist jetzt das war jetzt ich weiß nicht was mit dort 98 er ist eine Million sie hat nicht so eine hohe Reichweite 80 ich bin ich bin ein von Neuern ich nicht ich bin so gut und lebst und Bomber zu dir im Bomben drück Schimpf wieder zu mir nicht ich muss den Netz stellen leichter Schaden beim Bomben hat sich schlecht ausweichen ich bin nicht nur ich bin endlich mal schießen hier machen und oben ich war da drinnen mit fahren oder langsamer werden soll es heute 1 wir haben immer zu bekommen noch einer das ist zwei die ganze leute ausweiten den stück gehabt dass ein befreundeter jäger da auf flug rückwärter als ich da auch nicht mehr was auch beschädigt noch mal was hin aber das dauert zwei Sekunden der hat keine Angst ne? ne der, finde ich mehr nicht ich kann nicht schießen und ich kann nicht löschen und ich kann gar nichts, also jetzt ist wohl vorbei sein damit rechne ich auch mal, ja ich hasse das ok, mein Bomber fliegen gleich los, aber ich glaub nicht, dass ich ihn versenken werde damit ok, ich sehe den Flugzeugträger, ah interessant aber ich versuche dir erstmal zu helfen nicht, es ist gut, ich bin weg die sind schon Sloth Vader eh trotzdem muss ich ja irgendwie vor den drehen erstmal so viel ist aus hehehe Nordkämchen aber mein Flugzeug liegt immer noch in ja, aber hat er keinen Zauber mehr ja und ich weiter auf Nordkämter ach das kann ja auch passieren was Kamikas es bin die 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 3 und das haben wir wollen mit dem Boden er wird es da los tatsächlich die Schilder Da fahr doch nicht vor, wieso fährt der jetzt da hin? Ich glaub, jetzt will er mal alles hinschicken zu den Kollegen Boah, beide Flugzeugträger noch da, ne? Was für eine Scheiße Der wird ganz schön beschossen jetzt Unser Flugzeugträger Boah, hinter mir sind ja auch noch zwei Wir sind ja nur noch ein Kreuzer und zwei Flugzeugträger Was für eine Scheiße Ich glaub, brennt der? Oh, der brennt so, dass nix mehr starten kann, das ist ja scheiße Und die Flagge von dem Typen, ne? Mit seiner Tierpitz, ey Ich knallt mir alles weg Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, das ist das Problem Seht du Und der ist weg, der Typ, krass Ich weiß nicht, wo ich hinfliehen soll, das ist das Problem Lord Vader, mach gerade krass So, guck mal, jetzt ist nur noch ein Kreuzer hier irgendwo Ach, da unten Schatz Der ist aber auch nicht lange da Ja So, ich hab gesehen Ich wurde gesehen Der ist jetzt weg Bis alleine Sie sind unsere letzte Hoffnung Oh, und Lord ist mit dir Naja Ja Falt dir an Jetzt kommen noch Torpedos Und Bomben Im Prinzip kommt jetzt gerade noch alles Ich schick einfach den Krempel hier wieder hin Guck mal, der hat sich so nah ausgeklingt, ne? Mh Oh, du klingst Oh, du klingst Ich wollte gerade noch was schreiben Kleiner Wichs Pimmel, ey Ja, das war's Ja Tunte Vader hat mich weggeschossen Ich meine, eigentlich ist es lächerlich Aber das haben schon so viele gesagt, dass dieses Matchmaking ist totale Scheiße Weil Die Stufenunterschiede sind einfach zu groß Zwei Stufen höher ist einfach extrem viel Ja Sind die vier Stufen Vier Stufen, ja, okay War Zufall Eigentlich war es gar nicht beabsichtigt, dass Ich wollte die Independence ja gar nicht nehmen Ich hab einfach nur Ja Und das ist eigentlich schon so Das ist dann tatsächlich so ein Stufenunterschied Als hättest du eine nagelneue Bismarck gegen so eine uralte Hood, ne? Mhm So Und die haben dann eine Reichweite von Ja, einfach mal 6, 7 Kilometer mehr als du Und musst du voll reinfahren, so, ne? Naja Und das ist einfach lächerlich Also Ich hoffe, die machen noch mal so ein Matchmaking, dass die Maximal Stufe, die 1 noch höher ist, halt 1 ist, ne? Und nicht 50 hier Aber immerhin, du hast ja nicht mal die schlechteste Oh, ich bin, ich bin aufgestiegen Ja, cool Oh, danke fürs Zuschauen, ne? Naja Bis demnächst Mit Team, äh, mit normal wieder, äh Ja, also Guck, tschüss Ich bin immer noch pink Du bist immer noch pink Bis denn dann Bis denn dann